Und ein Moinzen zu diesem Video, in dem ich einen kleinen Check mache vom Restprogramm in der Bundesliga, in dieser Länderspielpause, auch die letzte Pause in dieser Saison, 2022, 2023, danach kommt keiner mehr, danach wird durchgezogen. Also Spieltage, Gegner der Kandidaten im Abstiegskampf und so weiter, Augsburg, Köln, Bochum, Hoffenheim, Hertha, Schalke und unser VfB hier spezifisch und dann, wie so oft auch bei mir, ein bisschen statistische Spielereien und ein Fazit am Ende, da ist kein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt und wir gehen rein. Zuerst ein Blick auf die Spieltage, 26. keine direkten Duelle, aber viele schwere Partien da unten, 27. Spieltag wird dann komplett abartig, also das wird nicht mehr witzig, Hertha hat ein schweres Spiel gegen Leipzig, sonst gibt es drei direkte Duelle, Augsburg gegen Köln, Bochum gegen Stuttgart, Hoffenheim gegen Schalke, durchaus ein entscheidender Spieltag. 28. Spieltag, viele schwere Spiele und auch ein direktes Duell, Schalke gegen Hertha, gemischschwere Partien für die Klubs da unten am 29. Spieltag und zwei direkte Duelle mit Augsburg gegen den VfB und Hoffenheim gegen Köln. Am 30. Spieltag dann kein direktes Duell, da ich Bremen hier nicht mit reinnehme in den Abstiegskampfpool, sag ich mal, ein 30. Spieltag dann gemischschwere Duelle und auch Hertha gegen Stuttgart. 3. Letzter Spieltag nochmal zwei direkte Duelle, neben generell schweren Duellen haben wir Köln, Hertha und Bochum gegen Augsburg. Am vorletzten Spieltag, 33. dann auch nochmal ein direktes Duell, Hertha gegen Bochum, dazu gemischte Duelle, was die Schwierigkeit angeht und auch am letzten Spieltag ein womöglich dann auch noch entscheidendes direktes Duell mit uns, VfB gegen Hoffenheim, dazu eher schwierigere Duelle für den Rest da unten. Es sind also in Summe noch neun Spieltagen und an diesen noch elf direkte Duelle, bedeutet 33 Punkte noch untereinander zu verteilen quasi, heißt auch, wären diese direkten Duelle eine Mannschaft, sag ich mal, würden diese Saison wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich drinbleiben, 33 Punkte dürften reichen, auch schon ziemliche Aussagekraft für diese elf direkten Duelle. Wenn wir dieses 6-Punkte-Spielmaß anwenden, dann sind es ja sogar noch 66 Punkte quasi, schauen wir mal genauer auf die Klubs von oben nach unten tabellarisch. Bei Augsburg stechen im Programm Köln, VfB und Bochum heraus, Restprogramm nach aktuellem Tabellenplatz ist im Schnitt Platz 8,4, drei direkte Duelle noch, nach aktuellem Punkteschnitt holen sie 38,08 Punkte, sieht man auf den Schnitt in Heimspielen und Auswärtsspielen und rechnet das dann auf, kommt man auf 39,52 Punkte und jetzt nochmal vielleicht etwas definierter und auch ein bisschen aussagekräftiger. Wenn man das aufteilt, habt ihr die Punkteschnitte nämlich aufgeteilt nach Punkteschnitt gegen Platz 1 bis 6, gegen Platz 7 bis 12 und gegen Platz 13 bis 18 und dann kommt man am Ende des Tages auf 36,81 Punkte, besonders stark sind sie da gegen das Tabellenmittelfeld, oben und unten haben sie einen ähnlichen Schnitt. Bei Köln stechen Augsburg, Hoffenheim und Hertha heraus, Restprogramm im Schnitt Platz 9,6, drei direkte Duelle noch und nach aktuellem Punkteschnitt werden es am Ende 36,72 Punkte. Schaut man hier auf Heim- und Auswärtsspiele kommen auf 38,5 Punkte und auch hier wieder aufgeteilt auf 1 bis 6,7 bis 12 und 13 bis 18, dann kommt man auf 36,4 Punkte, sind tatsächlich alle recht ähnlich, also sehr ähnlich über alle Kategorien, etwa ein 1er Schnitt, was den Punkteschnitt angeht. Bei Bochum stechen im Programm, VfB, Augsburg und Hertha heraus, Restprogramm im Schnitt Platz 9, drei direkte Duelle noch, nach aktuellem Punkteschnitt holen sie 34 Punkte, sieht man auf Heim- und Auswärtsspiele kommen auf 34,74 Punkte und auch hier wieder aufgeteilt diese Dreierteilung von mir, dann kommt man auf 33,5 Punkte, in direkten Duellen tatsächlich am besten von den Kategorien da unten das schlechteste gegen das Tabellenmittelfeld. Bei Hoffenheim stechen im Programm, Schalke, Köln und der VfB heraus, Restprogramm, Tabellenplatz im Schnitt Platz 9,1, drei direkte Duelle noch, nach aktuellem Punkteschnitt holen sie 29,92 Punkte, sieht man auf den Schnitt mit Heimspielen und Auswärtsspielen, kommst du auf 29,28 Punkte und hier wieder die Aufteilung unten mit Platz 1 bis 6, 7 bis 12 und 13 bis 18, dann kommst du auf 29,3 Punkte, am stärksten sind sie gegen die unteren Tabellenplätze, gegen die Top 6 wird gefühlt nichts geholt. Bei der Hertha im Programm, Schalke, VfB, Köln und Bochum, Restprogramm, Platz 10,1, vier direkte Duelle noch am Start, nach aktuellem Punkteschnitt 28,56 Punkte, Heim- und Auswärtsspiele, dann sind wir bei 28,5 Punkte und hier wieder die aussagekräftigere, definiertere Variante, kommen wir auf 28,68 Punkte, ähnlich gescheit gegen Mittelfeld und unten, gegen die Top 6 gelingt recht wenig. Bei Schalke, Stechnenprogramm, noch Hoffenheim und Augsburg heraus, Restprogramm, Platz 8,4 im Schnitt, zwei direkte Duelle noch, nach aktuellem Punkteschnitt holen sie 28,56 Punkte, nach Schnitt von Heim- und Auswärtsspielen sind es 28 Punkte und wieder aufgeteilt auf oben, unten Mittelfeld, sage ich mal, sind sie bei 27,15 Punkten, gescheiter Schnitt gegen untere Teams, weniger gegen die oberen. Und bei uns, beim VfB, Stechnenprogramm, noch Bochum, Augsburg, Hertha und Hoffenheim heraus, Restprogramm, nach aktuellem Tabellenplatz im Schnitt, Platz 9,7, vier direkte Duelle noch, nach aktuellem Punkteschnitt 27,2 Punkte, Heim- und Auswärtsspiele, schaut man da drauf, sind 26,65 Punkte und auch wieder hier ein bisschen aussagekräftiger, die Geschichte, sind wir bei 28,2 Punkten, muss man halt hier auch wieder sagen, durch die Heimsiege in direkten Duellen geht der Schnitt gegen die Teams von ganz unten quasi bei uns, ja, nach oben, sieht ganz gut aus, da immer zu bedenken hier, man kann ja bei uns beispielsweise nicht davon ausgehen, Stand jetzt, dass man in den direkten Duellen auswärts gleich gut ist wie zu Hause, ne, bei uns das drastischste Beispiel mit Auswärtssieg, ja, seit Dezember 2021, keinen mehr geholt, so, ähm, trotzdem auch da, ganz unrealistisch sind die rausgerechnet, 5,1 Punkte aus den direkten, drei Duellen auswärts, nicht so unrealistisch eigentlich, ähm, das mal hier so ein bisschen zur Einordnung, das natürlich nicht alles hier für bare Münze nehmen kann, es soll aber klar sein bei, bei Statistiken und das vor allem auch schwer auszuarbeiten ist mit Heim und Auswärts, wie sich da jeweils schlagen, dann direkten Duelle und Punkteschnitte und, ne, Gegnerprogrammen, was, was die Tabelle angeht und so Geschichten, schwer rauszuarbeiten, ähm, ganz oben bei uns geht's wenig, Mittelfeldgegner sind, naja, ähm, aber wie gesagt, unten ganz gut dabei, und das so sieht es halt auch aus, wenn man auf Platz 18 steht, da ist der Punkteschnitt gegen, gegen keinen der drei Kategorien besonders toll, dann fassen wir mal zusammen, auch in Form von Tabellen, klar, bei aktuellem Punkteschnitt bleibt die Tabelle gleich, ist ja klar, so wird es dann aussehen, schaut mal auf Punkteschnitt Heim und Auswärts, ändert sich die Punkteausbeute minimal, die Reihenfolge bleibt aber auch gleich, nun wird's ein bisschen interessanter, Restprogramm sicher, ein größerer Faktor, äh, hier die Vereine ganz oben, also die mit dem auf dem Papier leichtesten Restprogramm, die sich letzte Saison um die Relegation gestritten haben und punktgleich geendet sind, Hertha BSC mit, äh, äh, 10,1 im Schnitt, Tabellenplatz der Gegner und wir, der Vorhof Bischogart mit 9,7, äh, ja, Platz 9,7 im Schnitt, knapp darunter Köln, dann gibt's ein, ja, mehr oder minder größerer Cut in den Zahlen, sag ich mal, dann runter zu Hoffenheim und Bochum und nochmal wieder ein größerer Cut runter zu Augsburg und dann Schalke mit dem schwersten Restprogramm. In dem Zusammenhang auch interessant die direkten Duelle, äh, auch in dem Gesichtspunkt von diesem noch, es ist noch selbst in der Hand haben, wie man so schön sagt, ne, bei gleich schon die direkten Duelle habe ich's nach Restprogramm sortiert, ähm, Hertha BSC und wir haben noch vier direkte Duelle, vier Spiele noch sind direkte Duelle aus den restlichen neun, das ist schon sehr in der eigenen Hand noch und Köln, Hoffenheim, Bochum, Augsburg haben alle drei Stück, nur Schalke 04, hatten nur noch zwei direkte Duelle. Bevor es zur Tabelle nach Punkteschnitten gegen Top 6, Mittelfeld und, ja, unten geht, sag ich mal, hier die Tabellen, wie die Teams performt haben gegen diese Kategorien, die sind nach dem aktuellen Tabellenstand, ne, also nicht der damalige Stand der Tabelle beim damaligen Spiel, damaligen Spieltag, Köln und Bochum am besten gegen die Top 6, der Rest eher schwach, immer vorausgesetzt, natürlich, ich hab mich hier nirgends verrechnet, weil es sind sehr, sehr viele Zahlen, kann sein, dass vielleicht irgendwo ein kleiner Fehler mit drin ist, keine Ahnung, Augsburg stark gegen Tabellen Mittelfeld, wirklich stark, Hertha, Köln und der Rest ist ähnlich schwach, beim Punkteschnitten gegen Platz 13 bis 18, also quasi die direkten Duelle so gesehen, ne, sind Hoffenheim und wir am stärksten, vorhin schon gesagt, da ist durchaus natürlich ein Unterschied da, zwischen Heim und auswärts, hin und Rückrunde dann, ähm, alle ganz ordentlich über Einser-Schnitt, äh, nur Augsburg etwas unten, außen vor, was ihnen aber halt am Ende des Tages in der Abrechnung, in der Tabelle nicht wehtut, die bleiben auch in der Tabelle danach drin, ganz oben in dem Vergleich der Teams hier, haben aber im Vergleich zur Tabelle nach aktuellem Punkteschnitt minus 1,57 Punkte gemacht, also, ne, deutlicher, deutlicher Abstand hier, beim Rest wäre jetzt nicht so bedeutend, 0,6 Punkte, 0,5, 0,3, 2, 0,1, 2, nicht so die Riesenunterschiede, aber ganz unten, am Ende ist es auch egal, weil beide absteigen würden, ne, 17, 18, aber da holen wir in der Tabelle tatsächlich einen ganzen Punkt mehr, wenn man so rechnet und Schalke verliert 1,41 Punkte, damit würden wir tauschen, steigen aber trotzdem auf Platz 17, 8, Schalke eben auf Platz 18, auch hier zeigt sich's nochmal ganz schön, wie brutal eng das ist, auch wenn man so rechnet, 0,48 Punkte zwischen Platz 17 und Platz 16, also zwischen Abstieg und Relegation, was ja Klassenerhalt bedeutet, könnte, weitere 0,62 Punkte hoch, drauf, dann ist er auch schon auf Platz 15, gerettet, Klassenerhalt, das ist schon brutal, hier aus der Tabelle wird nur klar, dass Bochum, Köln, Augsburg ziemlich sicher drinbleiben, die haben ihren Abstand und es scheint dann Hoffenheim, Hertha, Schalke und wir untereinander auszumachen. Dann jetzt das Fazit, Fazit zum Ende, sag ich mal, Augsburg, Köln und Bochum haben die besten Karten weiterhin, Hertha und wir haben es am meisten noch selbst in der Hand durch die direkten Duelle, insgesamt gibt es noch 11 direkte Duelle an den 9 Spieltagen, die Spieltage 27, 29 und 32 werden besonders heiß, mit 3 bzw. 2 direkten Duellen jeweils, dementsprechend auch beim Restprogramm, Hertha und wir vorne, was die Leichtigkeit auf Papier angeht, Augsburg und Schalke haben schwer und das vor allem, wenn man sieht, dass Augsburg trotzdem in den Tabellen immer drinbleibt, natürlich auch schon Punktevorsprung hat, ist das gerade für Schalke ein Problem. No shit Sherlock so, aber es bleibt natürlich abartig eng, Änderungen wird es an jedem Spieltag geben können, man könnte mit 29 Punkten direkt drinbleiben, das ist glaube ich wahrscheinlich echt ein neuer Tiefstwert, denke ich mal. Letzte Saison waren es zumindest noch 33 Punkte, Minimales kann den Ausschlag geben, wieder Throwbacks letzte Saison, da war es das Torverhältnis und ich meine nicht die Punkte, sondern wirklich das Torverhältnis und am Ende des Tages, so sehr mir diese Statistik, Spielereien Spaß machen und für euch hoffentlich auch irgendwie Mehrwert geboten haben, irgendwie interessant waren auf irgendeine Art und Weise, kann das Ganze natürlich wieder auch sehr, sehr einfach über den Haufen geworfen werden, wenn man jetzt auch so Spiele sieht wie Bochum gegen Leipzig. Den Sieg von Bochum zu Hause gegen Leipzig hat ja praktisch keine Statistik irgendwie hergegeben, das ist ja auch ganz klar, Hoffnung, Statistik, Realität sind immer was anderes, für uns VfB-Fans heißt aber auch vor allem, wenn man hier sieht, wir steigen überall ab in den Tabellen, mal als 17er, mal als 18er, für uns ist aktuell mehr Hoffen als wirklich Glauben oder faktisches Glauben, sag ich mal, angesagt, können uns weiter auf einen wirklich ungesund spannenden Abstiegskampf einstellen für den Fan, für den Puls im Stadion, dies, das oder auch für den Fernseher und egal, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da zum Video, zu den Zahlen, gerne auch eigene Einordnungen in der Zahlen, vielleicht auch eigenes Fazit, was mir vielleicht auch nicht aufgefallen ist, auch ganz klar und natürlich gerne auch das kostenlose Abo dalassen, falls ihr das nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.